Ich positioniere mich jetzt auch mal. 15 Minuten schon wieder, willst du mich verarschen? Klar, ey. Ja, der ganze mal 8 Uhr, Riesa. Das kann er doch festsetzen. Wir hatten doch erst einen Riesa. Ja, gut, wir fliegen die Scheiße weg. Nee, warte, warte, stopp, stopp. Wir lassen es im Heli, weil die Frösche sind ja noch legal und damit bleiben die dann im Heli drin. Wir fliegen die Helis jetzt zum Söldnerposten und packen die weg und machen das nach Riesa weiter. Die sind legal? Frösche sind legal, klar. Frosch ist Frosch. Ist ja nix Schlimmes. Schildkröten, die sind illegal. Ich muss rüberschwimmen. Und ich sag's euch, wenn die mir jetzt im Söldnerposten hinterherfliegen, das ist mein Posten, unser Posten, dann sterben die. Zu 1000%, dann verbarrikadieren wir uns. Du musst es mir dann nur den Schildkröten erklären, ne? Mit denen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ja, wir fliegen jetzt erst den Söldnerposten. Mann, diese komischen Viecher da. Ah, verdammt. Moment, ich muss noch einsteigen. Hm. Ghost Talk noch nicht weg. Mein Gott, ey. Müsst die Cops aufregen, diese Neuen, ne? Bin dran. Meine Fresse, Sau zum Söldnerposten, bitte fliegen. Bin auch dabei. Henki, du gehst dann bitte in den grünen großen Turm, ne? Im Söldnerposten. Ja. Und der... El Presidente, wir fliegen jetzt zum Söldnerposten, da ist ein großer Aussichtsturm, da geht der Henki rein mit seinem Snipergewehr und du kannst dir irgendeine andere Position suchen, wo du dich verbarrikadieren kannst, falls die jetzt auf die Idee kommen, den Söldnerposten irgendwie zu betreten oder uns weiter zu nerven. Da unten war echt schon Geländewagen. Ist okay. Ja, unten ist ne Autosignatur. Ja, ja. Sollen sie mal machen, Autosignatur. Du kannst mich schon irgendwo davor absetzen. Nee, nee, komm mit in den Posten rein, weil das ist unser Gebiet. Da... Wenn die da einfach reingehen, dann haben die Pech. Okay. Komm hin oder her. Aber das ist genau an der Backe, ne? Ja, ja. Der wird gleich sehen, was er an der Backe hat, wenn er weiter uns verfolgt. Erstmal die Helis wegbringen. So gefällt sie mir. So gefällt sie mir. So gefällt sie mir. Vor allem dieses Freche, er gebt euch Waffen weg. Sag mal, hat der einen Arsch offen, war es Fritschi ohne Scheiß, oder wäre es schlimmer, wenn du das siehst? Ganz ehrlich. Finger in Pro Mexiko. Das ist das einzige, was ich hier sage. Ey, Waffen weg, er gebe dich. Ich glaube, es geht los. Die kommen nochmal wegen dem Auftrag. Glauben wir. Eine Million pro Kopf. Dann kriegt ihr einen Auftrag. Das war Pecker oder wie der Herrschluss mir schreibt. Faker. Ja. Soll das wahrscheinlich heißen. Opa Kuhl mit PA geschrieben, ja. Echt. Ich bin stinksauer wieder. Diese blöden Cops haben nichts besseres zu tun, als die Söldner zu nerven. Genug Zivilisten, Rebellen online. Wird sicher nicht jeder Zivilist was Legales machen. Ja, oder dann sollen die halt auch mal was Legales kontrollieren. Ich meine, Polizei hat auch noch mehr zu tun, als immer die Felder nur abzufliegen. Dann sollen die irgendwo individuell selbst ein Checkpoint irgendwo hinstellen, sollen mal Fahrzeugkontrolle machen. Meine Fresse, ey. Bei Grenzfassen hat das wenig Sinn, aber Heroin fällt da mal, die würde den Grenzschutz aufmachen. Das hat Sinn. Grenzschutz, der ist echt gut. Nee, schikanieren der Söldner macht ja mehr Spaß. Für legale Frösche. In dem Nicht-Naturschutzgebiet. Ja, warte mal ab, ey. Ich würde mal mit dem Pilz so reden, wenn er wieder da ist. Der wollte sich ja eh mit mir unterhalten nach dem Urlaub. Die Polizei interessiert sich nicht sonderlich für Zivilisten. Ja, weil es zu langweilig ist. Das ist ja normale Polizeiarbeit. Die wollen ja lieber ballern. Ganz ehrlich, ich sag's nochmal, dann spielt Wasteland. Wenn ihr schießgeil seid. Was mit dem Heli los? Also die Frösche bleiben ja eh drinnen nach dem Solus. Klar, die sind ja legal. Ja, eigentlich schon. Wagt aber bestimmt eh wieder rum. Ja, passt schon. Wird schon funktionieren. Ähm, ich setz mich dann in die Kirche rollen. Kann man da oben drauf? Musst du probieren. Oh, ich probier's mal. Ich hab ja so ne Art MK. Ich bring den Ghost Talk zum Haus. Damit wir getrennt sind auf der Map. Ja. Jetzt sind wir alle auf einem Fleck. Der kommt wirklich zum Söldnerposten, der traut sich. Ja, warte mal, mein Freund. Ist so ein blaues Wunder jetzt. Ja. Wie sieht's aus? Das waren wir noch einmal. Nein! Das war die letzte Warnung. Und das ist unser Gebiet und das steht extra auf eigene Gefahr. Das steht auch für die Copster. Ist mir jetzt scheißegal. Wie gesagt, ich hab die Schnauze voll. Verhandlung ist vorbei. So, jeder sucht sich nen schönen Platz. Und als erstes wird von den Snipern bitte der Heli runter geholt. Ja. Hat der nix verloren. Bis so ein Hals ergeben hat der wieder geschnitten. Ah, ja. Ihm seltenerposten, genau. Ist der frech? Leck ich den Arsch. Ja, der wurde echt schlecht erzogen, ne? Steht ergeben Waffen weg oder wir müssen Waffengewalt verwenden? Mhm. Bei uns. Alles klar. Alles auf den Heli. Bitte. Danke. So. Ein Hanky bitte in den grünen Turm da hinten. Sind die dreist. Bah. So, wo sind denn die Zufahrtsstraßen? Hier ist ne Schranke. Gut, die hat der Hanky im Blick. Damit, wenn die Polizei jetzt kommt. Im Auto oder irgendwas nennen die. Die brauchen ewig. Ja, die kommen doch nicht. Die haben doch... Gibste, die haben hier... Vor allem dieses dummes Schikanieren vorm Restart. Was soll der Scheiß denn, ey? Wollen die unbedingt vorm Restart noch sterben, oder was? Die werden uns einfach in Ruhe lassen sollen. Das ist ja nix, ne? Die haben uns nicht zur Aufgabe zu zwingen, wenn wir Söldner sind. Der hat 100 pro keine Ahnung, dass wir die Waffen tragen dürfen, dass wir Söldner sind. Weil er einfach nur blind oder blöd ist. Keine Ahnung. Wer war das? Gerade ein Ilfried? Ja. Ich? Ja, ne, ne, ne. Achso. Ah, okay. Ne, Hanky. Ich hab grad schon voll erschreckt, dass hier so ein Ländewagen vorbeifällt oder so. Bei der Kirche kommt man nicht hoch. Ich bleib beim Hanky, falls jemand auf die Idee kommt, den Turm hochzugehen wegen Nahkampf und so. So, und bis zum Restart bleiben wir dann auf Position. Positionier mich mal irgendwo anders höher, weil bei der Kirche geht's nicht. Schade. Okay. Die Schranken, die offen stehen, bitte alle zumachen. Wenn ihr dann auf Position seid. Damit die da nicht... Ich bin am, ähm, Osteingang. Geht zum hinteren Eingang beim Haus, ne? Am besten in jede Richtung positionieren damit, weil wir haben ja mehrere Straßen, die hier reinführen. Ja. Ich bin auf dir schon wieder. Echt keine Ausdauer der Bursche hier. Und tut mir leid, Ben, wenn du die Folge siehst. Wir werden jetzt keine Aufträge mehr für die Cops machen die nächste Zeit. Da kannst du dich bei deinen neuen Super-Rekruten bedanken. Da müsst ihr halt wirklich mal auf den Tisch schauen und denen mal was beibringen. Das sind ja keine Zirkusattraktionen, mit denen man hier einen Affen machen kann. Bringt ja nix, wenn der Ben denen was beibringt. Egal was das ist. Vor allem, was mich aufregt, Danny, ist, ich will den Chucky ausrüsten. Ja, der hat so gut wie gar nix. Der ist neu in der Truppe. Dann mach ich schon irgendwas, wo wir erstmal nur Legales dabei haben, weißt du. Und weil ja sowieso Kokain und der Rest überfarmt ist, dann werden wir trotzdem schikaniert. Weißt du? Und dann noch so frech mit Halbwahrheiten hier von wegen Naturschutzgebieten Waffen fallen lassen. Ey, geht's noch? Ich liebe ne Woche im Kopf bleiben sollen und denen den Arsch versäulen sollen. Vor allem, die Polizei hat den Söldnern nicht zu befehlen, die Waffen fallen zu lassen. Ich darf die tragen. Anordnung vom Pilzo. Ey, es ist insgesamt Anordnung. Es ist egal. Es sagt ja auch kein Bulle was, wenn wir mit Kavala mit Waffen rumlaufen. Ja. Hat auch keiner was gesagt. Hat auch keiner was zu sagen, genau. Wie bitte? Seht ihr noch den Helikopter? Nö, der ist weggeflogen. Nö, ich nicht nicht. Nö, ich nicht nicht. Ich hab geschrieben, kommt doch auf den Weg. Hat der zurückgeschrieben auf den Weg. Na, 5 Minuten vom Surrey Star. Ja, das soll er mal machen. Dann macht er nichts. Vielleicht bekommt er noch ne Kugel in den Kopf. Es wird auch nicht auf die Reifen geschossen, ich schieß jetzt richtig scharf. Ich will Blut sehen, Gehirnmasse auf dem Boden. Ey, immer die Fenster, wo ich haben will, sind zu. Richtig, ey. Stinksauer machen wir mich. Die haben verhalten. Nö, 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 nö. Tralalala. Heute ist Weihnachten, Leute. Festmale gibt's gleich, wenn die kommen. Decker gehören. Die trauen sich jetzt noch mal vor Surrey Star. Ey. Ich hoffe, der Ben sagt es denen auch. Wie gesagt, wären wir am Kokainfeld gewesen oder sonst was, hätte ich mir noch was gefallen lassen. Da hätte ich die Waffe aber auch nicht. Wer geschaffen? Was? Wer schießt auf mich? Keine Ahnung. Geh in Deckung. Wir sind alle in der Gruppe. Alle Sechsecke müssen sichtbar sein eigentlich. Aber irgendwas schießt auf mich. Ja, dann geh in die nächste Deckung. Obwohl sich irgendwas beschossen würde. Bleibt in Deckung, Kopf schön hinter der Ecke lassen oder wo ihr auch seid, im Gebüsch. In die westliche Richtung. Und immer in Bewegung bleiben. Ja. Immer woanders hin. Nordwesten, Westen, irgendwo von dort kamen die Schüsse. Vor allem. Passt zum Kompass. Bleibt von offenen Feldern weg. Ja. Deswegen sag ich's ja. Nordwesten. Nordosten oder Nordwesten? Tipp ist so auf 300, 310, 320 vielleicht. Irgendwo zwischen 300 und 320. Mach mal bitte auf STRG M alle das GPS. Da habt ihr oben die Richtungsangabe. Ja. Ja. Ja, ist eigentlich schon. Ich werd beschossen. Ja, bleib in Deckung. So, dass du kein Schussfeld auf dich hast. Jo. Von wo hat der gesagt? Was, du hast gefasst von wo? 120 ungefähr. Mach mal auf STRG M dein GPS an. Da siehst du oben in der Mitte die Richtungsangabe. 120 müsste oben stehen. Ungefähr ist der Schuss hergekommen, wurde mir gesagt. Ja, könnt ihr hinhauen. 120. Ecki, ich hol mal ein Empfehlungsmesser raus. Von dem Hügel da oben. Ich kann das da, ich kann das bei der Straße da raus gucken. Wenn ich natürlich gerne mal machen. Oh verdammt, der war verdammt mal. Ja, bei mir auch Gott. Wie gesagt, bleibt in Deckung. Alle in Deckung bleiben, lasst sie reinlaufen. Wenn da Leute sind, lasst sie reinlaufen und greift noch von hinten an. Wenn die an euch vorbeilaufen. Da kommt ca. Nordöstlich. 325 Meter von mir entfernt. Fallback. Nordöstlich. Das ist aber die Richtung vom Sportplatz. 120. Ja, ich bin nur vom Sportplatz. Gebe einfach die Zahl durch, die oben in der Mitte steht vom GPS. Zwischen Koordinaten und der Uhrzeit. Die Zahl. Das ist die Richtung. Ungefähr 38. 38. Ist wieder die andere Seite. Die greift mir von zwei Seiten an. Einmal Sportplatz, guter Seite ja zu dritt. Und einmal die andere Seite. 120. Ich bin beim Haus. Da ist 120. Ich werde jetzt mal runter gehen. Oh. Er hat mich in den Blickfeld. Also. Ich komme nicht weg. Ne. Bleib. Bleib hier rein platzen. Dann kriegen wir eine Kugel in die Kopf. Ja, ja. Bleib in Deckung. Wie gesagt, wenn du siehst. Warte mal. Wenn du siehst, dass einer an dir vorbeiläuft. Dann greift ihn von hinten an. Lass ihn reinlaufen. Lass ihn. Geht den. Ja, ne. Er weiß meine Position. Er weiß meine Position. Wir hatten gerade ein Auto von euch aufgemacht. Keiner. Henki, nimmst du bitte dem seine Position ins Visier? Vom El-Präsidentum. Ich habe. Er lenkt, glaube ich. Gut. Ich mache jetzt unten Sperrfeuer und lenke die ab. Der hat denn ein Auto aufgemacht. Ja, ich mache jetzt eine Salve Sperrfeuer, um die abzulenken. Jo. Ich versuche wieder rein zu kommen. So Henki. Mal gucken, ob die Raten aus ihren Löchern rauskommen. Noll. Das hast du, oder? Ich? Wer gerade geschossen hat. Klar. Ich habe eben gesagt Sperrfeuer. Habe ich im Gruppenchannel gesagt. Ja, ne. Das hat sich nicht nach Zafir angehört. Irgendwie bei mir. Henki, hast du einen? Der ein. Warte. Sperrfeuer. Ich habe die Zafir eigentlich nur wegen dem Irritieren und Schmerfeuer dabei. 18 oben an der Straße. 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. Oben an diesem Feldweg. Zwei Kopf an der Straße. Ich sehe gleich Resteuer. Ich werde nicht mehr von hinten kommen. Hinten kommen dann reicht es denn nicht mehr. Ich schieße nochmal. Ich sehe einen. Soll ich schießen? Ja. Natürlich schießen. Weg damit. Weg. Die greifen mein Gebiet an hier, unser Gebiet. Dafür werden die bluten. Jo. Weil mir nichts Illegales getan. Henki? Hast du die Position im Auge? Vom Präsidenten? Die hauen ab. Die hauen ab. Mit dem Hunter. Ja, da hinten. Mit dem Hunter, genau. Da muss aber Ben dabei sein. Ben weiß es doch. Restart in einer Minute, Leute. Ach komm, ey. Und ganz wichtig. Ganz wichtig auch für dich El Presidente. Nicht hinter Autos verstecken. Weil die backen bei manchen Leuten weg und dann sieht man dich. Also immer hinter Wänden oder irgendwas verstecken, was nicht fahrbar ist. Ja, ich bin hinter so eine Steinmauer. Naja, ich sag es nur. Haben wir einen Sniper da? So, weiß ich schon. Was ist? Wer ist Down? Sniper. Ähm, nein. Koordinaten. Die kämpfen hinter so einen kleinen Hügel. Ich schaue, ich schaue auf 10. Da steht ein Baum. Hinter dem Baum liegt einer. 10. Welche Koordinaten? 10. 10. Das ist links von dem Turm. Links vom Efrit. Ja, 15 Sekunden. Das ist Alter und die treffen noch an. Ja. Die werden eh alle gestorben, wenn die reingekommen wären. Glauben wir. Hm. Hinten kämen sie nicht durch, vorne kämen sie nicht durch. Vor allem der Henki, der kriegt die früher oder später. Und schon allein das Sperrfeuer, das ist ja dazu da, um die wieder ein bisschen zu verunsichern. Und das braucht der Henki. Dann rennen die rum wie die wilden Hühner und dann sind sie weg. Ja, weg. Service weg. Tja, liebe Kops, war wohl nix, ne? Dumm gelaufen. Das ist kacke, dass man da nicht im Sitzen schießen kann. Auf der Position da oben. Da schwenkt das Visier immer so stark. Ja. Der Chucky braucht unbedingt noch ein Snipergewehr. Oh Mann, der kann auch gut schießen. Dann haben wir zwei Sniper. Ja. Der Tobi hat doch eins. Nur der ist ja jetzt gestorben. Wahrscheinlich hat der, der den umgebracht hat, das Snipergewehr jetzt. Aber wieder ein Kavala, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, ich werde die Session jetzt mal unterbrechen. Dann fahren wir ein bisschen, wenn der Chucky voll ausgerüstet ist und der Tobi wieder da ist. Und dann nehme ich wieder neu auf. Dann nehmen wir mal eine richtige Runde auf. Guckt euch mal die Spielerliste an, wie viele Cops allein sind, bitteschön. Hallo. Das ist echt krass. Das ist ein Polizeistaat. Ohne Scheiß. Es werden immer mehr. Ja, die lassen das auch zu. Das ist doch... Mir tun halt die Zivilisten leid. Weil erst waren es die Rebellen, die die ganze Zeit genervt haben. Jetzt sind es die Cops, die die nerven. Das ist immer irgendwas anderes. Wie viele Polizisten waren online? Eben gerade. Von 41. Ja, 14 ungefähr. Oh. Auch schon einiges bei 41 Spielern. Bei 12 Spielern seit 12 Cops würde ich Cut machen. Reicht. Ja, ja. So war es auf dem alten. Bei uns 12 maximal. 12 oder 15 konnten maximal drauf. Aber es waren nie so viele da. Maximal 8. 7, 8. Wenn es mal richtig krass war und viel los war. Ja, dann würde ich so machen. 18 Cops irgendwie so einstellen insgesamt. Slots kannst du ja begrenzen, ne? Ja, Slots, genau. Einfach die Slots begrenzen. Die wo halt dann nicht spielen. Pech gehabt. Sollen was anderes spielen. Oder halt warten. So. Können ja ein zweites Profilerstellen als Zivilist spielen. Ganz kurz. Ich werde die Session jetzt hier unterbrechen. Dann sage ich, dass der L-Präsident ins TS reinkommen kann. Und dann kann er mit uns mal reden. So. Dann sage ich mal Ciao, liebe Zuschauer. Und tut mir leid. Ich konnte wieder nichts geiles zeigen. Außer ein bisschen Action jetzt. Weil, ne? Ihr habt ja gesehen. Die Cops. Weil wir hatten schon mal am Anfang Aufnahmen. Da war da Kevin auch schon dabei. Da waren es die Rebellen. Die uns genervt haben. Und jetzt sind es halt die Cops. Ja. Das ist halt. Was willst du machen? Der arme Chucky halt, ne? Der leidet darunter. Der kriegt jetzt keine Ausrüstung. Kein Geld. Müssen wir mal gucken. Ich bin ja eigentlich nur beigetreten. Weil mich die Polizei so anpisst. Ja, aber du siehst ja, ne? Das ist. Ja. Wir sind ja nicht direkt gegen die Polizei, ne? Ne. Wir sind sogar eher mehr für die Polizei. Aber jetzt nach der Aktion schon wieder? Ja. Naja. Okay, Leute. Dann sag ich mal Ciao mit V. Ja, aber es ist wieder da. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017